Unsere Nummer 11, Verona. Diese Fuchsstute geboren im Jahr 2020. Sie ist 1,71 Meter im Stockmaß gemessen. Sie stammt auch von Vidar fürs Trousseau Donnerhall. Wird ausgestellt von Reinhard Kloppenburg aus Hamburg. Verona präsentiert sich als langbeinige Trousseau-Nachfuchsstute vom in der schweren Klasse erfolgreichen Zellerland-Beschäler Vidar. In der täglichen Arbeit weiß sie mit ihren Grundgangarten und ihrer Rittigkeit zu überzeugen. Aus der zweiten Generation ihres Mutterstamms ist der mit Sabrina Mariani S-2-Sterne erfolgreiche Fuego von Fürst Rousseau ein fernter Auktionspferd aus dem Jahr 2013. Ladies and Gentlemen, Lot No. 11, Verona. This chestnut mare is born in 2020. She is 16.3, a quarter, hence high. She is by Vidar Fürst Rousseau Donnerhall. Verona is a long-legged dresser, Schmer, by the advanced-level successful cell-estate stud stallion Vidar. In daily work, she knows how to convince with her basic gaits and her rideability.